Ich hole jetzt aber noch das Geld da drinnen, ich weiß nicht mehr genau wie. Ich glaube, ich muss einfach in den Haif reinlaufen, dann komme ich schon beim Geld raus, irgendwie sowas. Ich glaube schon. Nein, dann eben nicht. Musst du irgendwo reinspringen? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr, Dominik. Da unten könntest du hinfliegen, theoretisch. Ah ne, da geht es raus. Na gut, dann halt nicht. Na gut. Egal, wir haben ja genug. Eben. Wie haben wir denn? Ein paar tausend. Ich glaube, wir dürfen zwei, drei oder sowas dürfen wir zwar haben. Zu eins. Eins sogar nur. Pff. Mega. Haben wir jetzt schon vier rein? Ich glaube nicht. Ja, so bestimmt nicht. Nein. Ah ne, ich glaube, wir müssen vorher noch was anderes machen. Erst mal das Leben da zu zupfen. Richtig, das ist zum einen. Und zwar, und da waren wir nämlich noch gar nicht. Das ist ein dummen Wurm. Gibt es da? Genau. Süß. Knuffig. So, genau. Hier geht's. Jetzt was? Hm? Will ich einen Rennen gehen? Äh, nicht wirklich. Nicht wirklich, was? Einen Rennen. Einen Rennen, ja! Lass uns einen Rennen gehen. Aber wir müssen jetzt nämlich... Jetzt werden wir gleich bewusstlos und dann wird's Nacht. Und das wird's... Auch wenn's jetzt noch nicht der Krieg ist, ist es trotzdem eine geile Stelle. Genau. Sehr schön. Jetzt wird gleich der Gregg, den Grimm-Drinkler. Ja, Gregg ist toll. Ja, der sich wohl wieder in den Kopf angehauen. Die Stelle ist jetzt aber auch so geil. Äh, ja. Ein bisschen Amnesia-like. Ja. Wollt ihr ein Rennen zu kurz? Es ist Nacht. Hm. Schwimm. So. Kräck! Ach, scheiße. Haaaah. Hm. Rubble ist blockiert der Part. Oh, nein. Ich glaube, ich werde nicht zurück zurück. So. Liebe Amnesia-Freunde. Haft. 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 Es ist mehr Resident Evil. Aber wir wollen nur den Spaß nicht verderben. Der Frau, wie du siehst, macht das ein bisschen gerad. Naja. Ih, Katzenfische. Komm jetzt nämlich ne neue Raffe. Ich hab jetzt nicht mehr diese dumme Bratpfanne. Kriegst du jetzt die Nagelkäufe? Nein. Sorry. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Sie haben eine Fisch-Version von den kleinen Bastards. Ja. Ich zeige euch. Ach, was für die F*** wieder? Ich habe deine Nummer, Freund. Es ist jetzt zwei für dich. Ah, da ist ein Wanner. Ja. Nicht eine für dich jetzt, little Prick. Tuck, 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 tuck. Genau, ich muss das wieder runter. Tuck, 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 tuck. Ja. Gut. Brab mal. Ein Skill ist unbeschreiblich. Ja. Ja, da verliert man. Richtig. Oh, falsche Richtung. Also brauchst du mal kippen. Der Eingang ist schon. Ja, ja. Laudanen gefunden. Ich mag Greg, der ist cool. Ich kann nicht. Ah, nee, ich weiß gar nicht. Mond ist cool. Er setzt schon so richtig das Mond. Die Musik wird gleich voll Psyche da oben. So wie Alice? Ja, da hörst du so Babys im Hintergrund schreien und sowas. Oh, du wieder. Was für ein netter Grimmelreper. Danke, Greg. Was für ein netter Grimmelreper. Ja. 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 Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja. 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 Mit dem Controller merke ich, der ist noch ein bisschen zu sensitiv mit den Zielen und alles. Ich muss ihn ein bisschen runterstellen von der Sensibilität her. Ich mach den kleinen, etwas unfairen Trick. Mahlzeit. Ja. 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 Weil ich ein kleiner Schisser bin. Ich mach mal das Ding da. Ja. Irgendwie knuckig. Ja, ne? Brauchst du da runter? Naja. Wann das alle? Ja. Zumindest hier, aber da drüben sind noch welche. Das wird eh später noch schlimm genug. So. Okay, den muss ich echt vor den Kriegen ein bisschen justieren. Ich finde das gruseliger als Left 4 Dead. Stimmt, Left 4 Dead ist natürlich gruselig. So, einmal kommt es glaube ich auf. Was wolltest du sagen? Weiß ich nicht mehr. Eigentlich wollte ich gar nichts sagen. Aber ich kann was sagen. Sag doch mal was. Hallo Daniel. Hallo Domi. Oh, da ist der Schneider. Boomer. Ach gut, stechen wir mal zum Schluss. Ich habe die Beine weggeschossen, habe ich nur das geschafft? Oh, da wurde das Baby gerade irgendwie gehört. Der ist weg. Nein, der ist noch da. Oh, süß. Kriegt's hier. Was ist das? Ich höre nichts mehr. Ja, aber dann müssen nochmal welche kommen anscheinend. Sarah mal, musst du die alle erschießen? Ja, ja. Wohl oder übel. Oh, hängt da jemand fest? Das war sein Arm. Das war sein Kopf. Das ist effektiv. Oh, ich bin fest. Ist dann noch einander hinter? Ah ja. So, jetzt aber. Jawoll. Bumm. Ich höre die Musik kaum. Leider. Das ist eh nur ein Windgeräusch. Ja. Bis dann. Das ist guck're. Kas JB. Spanier zué. Das ist tests.